Verano Cayman Solo wird jetzt einmal kurz zusammengelegt. Ich zeige euch die notwendigen Handgriffe. Es geht auch genauso schnell wie der Aufbau und dann ist wieder im Rucksack alles verschwunden. Wenn wir jetzt ein paar Minuten Zeit haben, dann brauche ich die Luft nicht raus drücken, sondern dann entlüftet sich das Boot von selber. Wenn es schnell gehen soll, helfen wir nach. So schaffen wir es bis zum Auto oder bis zur Bahn. Bis zum nächsten Mal.